Eine Turnerin hat dann gesagt, dass sie sich vielleicht nicht immer ganz wohl fühlt, wenn wir in kurzen Anzügen trainieren bzw. auch Wettkämpfe turnen. Oft hat man das Gefühl, dass es halt verrutscht oder verrutschen könnte und dass vielleicht auch unter anderen Kameras, Fotografen diese unschönen Momente einfangen könnten. Und aus diesem Anlass ist dann sozusagen dieser Anzug entstanden, einfach um auch zu zeigen, hey, es gibt eine Möglichkeit und seit 2012 ist es auch erlaubt, dass man eben eine passende Hose tragen kann. Aber wir haben es eben so gemacht, dass wir halt direkt den ganzen Anzug entworfen haben. Ja, mit dem Turnanzug wollten wir vor allen Dingen auch zeigen, also so eine Kampagne It's My Choice. Wir können immer wieder frei entscheiden, ob wir eine kürzere Anzugwahl treffen oder auch eben den langen.